Nicht mich, die Gegner auf! Ich arbeite ja dran! Sehr sinnvoll! Wir haben nur noch einen Gegner heute schaffen, ja? Nope! Alter! Der ist aber gerade schön geplatzt! Hey! Los! Was? Kannst du mich mal reißen? Wir haben uns nicht mit Melee jetzt getötet! Hatten wir gerade feindliche Idee? Boah! Auch mal reiß! Fucker! Fucker! Und keiner wird schon sterben! Aber warte mal, wenn wir das mit Melee jetzt schon so gut ummörteln können! Stimmt! Nein! Das kann ich umkippen! Woran bin ich jetzt gestorben? Keine Ahnung! Ja! Das könnte natürlich gut sein! Oder irgendjemand hat einen Ball auf dich geworfen! Elektrisch! Warte mal! Vielleicht müssen wir die in einer bestimmten Reihenfolge hauen! Unwahrscheinlich! Aber welcher? Ja, aber irgendwas hat sie damit auf sich! Definitiv! Ja, sie reagieren zumindest! Pfff! Diese Wasserpumpe! Haha! Kann man die vielleicht lebendig werden lassen? Guck mal! Ne! Anzünden! Hab ich schon probiert! Funktioniert nicht! Warte mal! Hier ist eine umgefallen! Das sind nicht gerade normale Übungspuppen! Was haben die besten eigentlich für Kämpfe vor? Ja! Wer ein Schwanz! Ne! Keine Ahnung! Ich komm nicht drauf! Nein! Fuss! Du bist ein dummer Zuhuhuun! Wer kannst du denn leben? Schiss Bubble! Das war jetzt nicht sehr hilfreich! Da! 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 Das war jetzt nicht sehr hilfreich! Das war jetzt nicht sehr hilfreich! Krass noch was! Los! 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 Ich arbeite dran! Eeeeeeehh! Boom! Uah! Pff! Pff! Nice! Wie wir erst mal so ein Titanik machen! Prz Prz Wir könnten ja hier fällt 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 Immer noch no jumping allowed Warte mal Warte mal warte mal stopp 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 Jaja Hier war nämlich grad ein Kohl mit dem ich was machen konnte aber jetzt geht's schon wieder nicht mehr Jo Verkackt habt Hier guck mal hier haben die Karotte Hier Ne ich hab ne Karotte Ich hab die auch gerade anlockt aber ich hab keinen Plan wie Ja nehmt du sie aufgenommen hast Ja das hast du ja nicht mehr aufgenommen Kommt mal runter hier Ist hier irgendwas in der Ecke Vor allem die alle gleich die Gedanken haben Lass uns anzünden Es lebt Lass es uns anzünden Warte mal böde Idee Ne die Schulter kann man nicht kaputt machen Keine Ahnung Warte mal Hä warte mal Ne 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 Wollen wir eigentlich einen von uns googeln lassen und wir uns nicht rauskriegen oder? Nein Hatte ihr ja gesagt ihr wollt nicht Ja stimmt Das ist so no penis Das ist so no penis Ja 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 Ey jumping finally allowed Ey jumping finally allowed Ja ich hab doch Ja ich hatte doch so einen Haufen Stalaktiten an der Äh an der Decke gesehen Deswegen vielleicht Ich hab hier grad so einen Ich hab hier grad so einen Haufen Zerr Hier war so einen Haufen Schneebälle oder Steine und der ist grad weg Ne Ahnung Ich hab hier schon wieder wie Bärsies alles in die Luft sprengen Komm mal runter hier in den Wald Obwohl hier kommt ja gleich glaube ich was Wir können sagen irgendwas war doch hier Ja ja Wo greift ihr mich an? Alles klar Ob das größer wird wenn ihr zwei Strahlen kombiniert und dann ein Lebensstrahl reinkommt? Lass es uns probieren Ihr macht tot Ich mach Leben Was auch Ich mach Tod Höh Wart eigentlich Aber wir könnten mehr lustige Effekte hinzufügen Ne Das ist Arcana abhängig das was ihr reinfügt Warte mal war hier hinten jetzt nicht was mitgaben? Ne das kommt äh noch glaube ich Da war ein Gang ich hab's doch gesehen Nein war er nicht Hier war ich schon Achso schön Das kommt noch Das kommt noch Komm mal hoch hier ob hier oben irgendwas ist vielleicht Mal oben lang gehen Wenn das da unten einer kommt wissen wir ja schon Das war hier Hier ist doch der Gang da ist doch der Weg Ja ja Warte mal kurz hier warte mal kurz kurz mal kurz hin Hier war nämlich dieser Steinhaufen sehste das? Dieser Haufen Das gute alte Meerspieler Puzzle Wie seltsam Ja hier haben wir das letzte Mal etwas länger gebraucht Ja hier haben wir das letzte Mal etwas länger gebraucht Verdammt Irgendwie hat das das letzte Mal besser funktioniert Irgendwie hat das das letzte Mal besser funktioniert Ah wir mussten es einfach komplett einfach rein stellen So Ich nehme den hier oben immer So ist das Und dafür gab es nämlich den kleinen Chemiker Genau Man wie schnell wir das hier gelöst haben ohne irgendwelche langen Nachforschungen Wir sind so gut Ja das hatten wir jetzt so völlig unerwartet außer Kalten Also wir wussten vorher gar nicht worauf wir uns hier einlassen Sorry wir wollten dass du schneller hoch kommst Ja Wir wollten nur den Weg abkürzen sind wir nicht nett Außerdem wollten wir schon immer mal jemanden electrocuten Äh da hinten kommt was Leben Äh mein Tod Sehr gut Okay die hat es gut gesprengt Boung 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 Sag mal Michi du überlebst aber auch grad jeden Scheiß Musste das jetzt sein Ja der hat alles gut in sowas Weil ich mir vorher immer die richtigen Schilderkaste wenn ich so nen Scheiß mache Besser ist das würde ich sagen Ähm Gott sei Ich kann aufs Leben Okay Mötest ihn sollte Das Wort Snuppest Dekorer Die Wiese Ich ist gestern Er dreht sich doch gleich um und weg Das war jetzt nicht hilfreich Michi Ja Again Bin tot Wo hab ich mich jetzt den teleportiert? Ich sehn Scheiß Could you rest me? Ja gleich Aaaaah So Leben cast Äh incoming Ähm Ja Das ist das von mir gerade Ja Wollt sagen Ich war gerade Good job ich sterbe Ich bin tot Ich bin tot Fast schon du bist Ja Fast Sorry ich muss mir gerade im Auge reiben Kommt Wie könntest du die nicht hielen? Geht doch So warte Moment 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 ne ich weitergehen Müssen wir die jetzt lö... Waren die vorher schon an? Müssen wir die vielleicht löschen? Ne Ich glaube wir müssen die löschen Ne die Fackel liegt hier schon Die gab's schon Also müssen wir... Also müssen wir die äh... Also müssen wir die äh... Waren die schon gemacht oder so machen mussten Warte mal vielleicht müssen wir die mit der Fackel anzünden Mit Nahkampfangriffen Weißt du? Hier guck Zack Mach mal dein Wasser Hahahaha Ohaha lol Aber die waren doch bestimmt vorher schon an Weißt du ich meine? Ich hab keinen Blast Vielleicht sind die Fackeln auch schon der Reward dafür Wer weiß Wir löschen sie einfach mal Und gucken ob wir noch mehr löschen können unterwegs Äh warte mal Hier unten ist das ne Klippe? Ja Ich hab das mal für dich rausgefunden LOL Das wär geil wenn das jetzt ein Double Kill gewesen wär Warte mal Angespitzter Holzflock Stopp, 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 stopp Aha Ich hab auch genau die Fackel getroffen grade Warte mal Warte mal Warte mal Ich hätt deine Ego schossen müssen Du musst ja wie bekloppt hin und her laufen Ne Du kommst wenn man dagegen rennt Dass man stirbt oder so Sag mal Habt ihr die jetzt wieder angezündet Oder sind die von alleine gegangen? Ach das sind 3 Stück Ach das sind 3 Stück Du nervst Okay jetzt sind alle aus Und das hier Was 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 Zauberkombu Lass mal ja auch gehen Ach der Mondstab Kann man doch Durchgehen Ne Mondstab Ich hab das so süß Wie schön Wie schön ist es pink und hat so ein Stab wie ein Kandys Wie schön ist es pink und hat so ein Stab wie ein Kandys Oh, 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 oh Warte mal Hey, der bin doch nicht Best Bestes Bonus für Kleber Können doch du bestehen bleib ich dir meinen Stab draufheben Danke Ach Na So Na warum die Tode weißt du das? Oh was steht denn hier? Hier steht irgendwas für ein Dings Warte mal Kältetod Kältetod Voraus geht das ein Unglück ist das andere Zauberkombo Naja Kältetod, Kältetod, warte mal Das ist ein Hinweis Ja, denke ich auch Ein Hinweis, ein Hinweis Nope Hat irgendwie nicht viel gebracht Vielleicht müssen wir damit aber auch was anderes Ähm Ist da eine Klippe? Ja Serious Ah Tom Das hast du geplant, oder? Hahaha Wie denn das? Hast du geplant, oder? Nein Wie du da reingeschaut bist Ja, war jetzt echt geil Was haben wir hier noch? Warte mal Kann man das kaputt machen? Nope Lass uns Kältetod mal ruhig im Gedächtnis bleiben Vielleicht soll es uns aber auch nur darauf hinweisen, dass es eine coole Zauberkombo ist Ich mein, guck dir das an hier Oder einfach nur der Joke, dass es halt im einen Kombi ist, dem anderen ist es ein Tod Ah, das wäre aber ein ziemlich platter Joke Es ist Magica 2, hallo Vielleicht soll es uns aber auch einfach sagen, dass wir die Viecher damit easy wegpratzen könnten, wer weiß Ich kaste tot 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 Ja, das ist ein Hinweis, dass die Zauberkombo effektiv gegen die Viecher, das guckst du ja an Naja, ich kaste auch grad drauf Die sind auch empfindlich, die ja gut, ich hab tot mit drin, ja Lol Der hat nen Pumpkin auf Gesehen? Ja Leute, ey, die jetzt nicht Na, jetzt hör mal random Ja Das war klar Ich wusste es Du stehst schon so da und wartest Probierst du nochmal vorbeizugehen an ihm Da kam der Camper zum Vorschein Achso, ich kann dich reißen Danke Fällt mir grad so ein Komm, das kommt mal hoch hier, ich kann das nicht nehmen Ja Das zu dem Thema Ja Irgendwo erkenne ich den Penner Hans Frost Ja Ich mache die Mauer Oh mein Gott Oh Mann Ernsthaft Wo können wir den drüber hinkicken? Lass den mal weiterkicken Ey, das Vieh war aus Fleisch Lecker Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Tötet den nicht, tötet den nicht, tötet den nicht Ich kann die weiterkicken Da liegt irgendwas, aber man kanns offensichtlich nicht aufnehmen Ja, die Critter sind aus Wut, aber wenn du sie tötest, fallen sie trotzdem in Fleischteile Das sieht eher so aus wie ne Tasche und irgendwie Zeugs und keine Ahnung Egal Tötet irgendwas Da ist Hans Frost, tötet ihn nicht, tötet ihn nicht, tötet ihn nicht Warte mal Warte mal Danke Ups Das war totally necessary Du warst mitten im Weg, wir konnten nichts dafür Ja, ich glaube Wir mussten dich töten, wir hatten keine Wahl Schon, klar Ups Toll So ist das Kicken, jetzt kick mich mal da rein Achso, warte, ja Nein, nicht Hans Frost töten, nicht Hans Frost töten, den müssen wir weiterkicken Oh nein, wurde er jetzt da runtergekicken? Oh nein Der steht ja bestimmt irgendwo, wir sehen bloß nicht Ganz ehrlich, wenn die gerade so schön da rumstehen Ja, ich dachte auch gerade, aber es war nicht Ja, das geht, Tretter Ja, das geht, Tretter Der müsste bloß noch mal kicken Ja, da muss nix Aua Surprender Backer 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 Returner Surprender Returner Surprender Surprender Returner Surprender Ja, halt die Fresse, Mann Oh, 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 oh Da hatte ich ja noch mal Glück Da muss ich bei dem Fohlen machen, wo das angezeigt wurde Michi, könntest du aufhören, mich jedes Mal zu brutzeln? Das war ich Okay, könntest du aufhören, mich jedes Mal zu brutzeln? Nicht jedes Mal, das ist unfair Die paar Male, wo du es nicht tust, machen es jetzt nicht besser So Was ist das hier? Warte mal, warte mal Das ist aus wie ne Tür Ne Da, schwule Steinrüstung Ja, ist gut Warte mal, warte mal, warte mal Da ist doch irgendwas Monster incoming, Monster incoming, Monster incoming Junge Welches haben wir? Ja, hauen wir es jetzt Das wird man nicht einmal, man wird die ganze Zeit bestraft dafür Oder ist empfindlich gegen Feuer? Ich bin tot. Oh, ich bin empfindlich gegen Schaden. Deine Feuerballe gehen mir ungemein auf den Sack, Micha. Was hier? Oh, ich lebe ja wieder. Oh, ich lebe ja, ich lebe ja, ich lebe ja, ich lebe ja. Oh, ich lebe ja. Ih, der castet Dings auf mich, WTF. Au. Wie soll das jemanden lassen? Ja, ich würde ja gerne. Return! Return up! Backer! Surprender! Backer! Bin ich denn überhaupt? Boah, da unten gespawnt, ptf. Yeah, ich hab die Augen geschafft, war ich das auch freigescheitelt. Die, was sind die eigentlich empfindlich, verdammt, nochmal? Teure! Gieschein! Also, Gift, whatever. Ja! Surprender! Surprender! Return up! Backer! Surprender! Return up! Ja! Return up! Backer! Backer! Return up! Surprender! Surprender! Ja, Mann! Halt's Maul! Mann! Bin ich aus, das wär schon anregen, bot oder wat? Hab ich die jetzt echt mit Blitz und Leben gegrillt? Echt jetzt! Nein, das war solche! Nope! Bei denen funktioniert's nicht! Pff, der war nice! Ja! Warum steh ich so weit vorne? Mit Taksas erst einmal! Mit Taksas erst einmal! Können wir mal machen? Verkrumm von Mörder! Ohohoho! Ahaha! Dom the War Troll! War Troll! Hat einen ziemlich interessanten Text gehabt! Hä? Gut, das erste kleine Head ist erst einmal down! Ich würde fast vermuten, dass Trolle ziemlich empfindlich gegen Feuer sind! War's so weit, dass man auf Zwischenland? Elektro! Ist ja Elektro! Ich benutze Feuer und Elektro gerade! Ja! Der war ja ziemlich easy down! Kann ich nachmachen? Lass uns mal umschauen hier! Da ist übrigens noch ein Mob! Wo kommt der denn her? Wer hat den denn gebraucht? Der hat immer noch gelebt! Lass uns mal noch umschauen hier! Kommt mal runter! Okay! Lass uns mal wieder los! Ja, der ist nicht so weit.. aber das ist nicht so weit.. Nass uns wieder los! Nein! Was? Ich bin so weit nhiBoas! Nein, 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 nein! Ja, oh... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Vor allem die Irren in Bademänteln! Wie die Art, die schon in anderen Games auf den Fiss sind. Ahhhh! Ganz ehrlich! Feuerschild, Feuerschild, Feuerschild! Hier, komm! Ich würde noch ein Secret suchen, verdammt! Können wir euch da irgendwas kaputt machen, dadurch? Komm mal zurück, ist hier irgendwas? Ich hab ne Idee! Komm mal weiter! Lass mal die Augen offen halten hier nach irgendwelchen Konstruktionen! Hier, die Steine, komm mal runter, ja! Andy! Ja, warte mal! Ach, schon vorbei! Jetzt seriously pein in die Anus! Ähm, hier, hier drüben! Ist hier irgendwas? Ach da, ach das Ding wieder, äh... Ja, ich kenn's noch nicht, also... Feuer und Elektro! Ja! Die sehen ja hässlich aus! Alter! What did I do? Äh, you should rest! Ja! Oh! Just a small recommendation! Ihr sollt euch ein Feuerschild anlegen! Ah ja, merk's grad! Weil, Späche gegen Feuer, durch die Robe! Und damit ein bisschen Schnee rumspielen! Erstens, erstens, zweetens killen die mich gerade so was von instant! Einfach weil ich dann auf Hermann in irgendeinem Scheiß-Stunlock drinne stehe! Helte! Heilen die sich! Den hab ich noch gar nicht! Er hätte gedacht, dass das Ding gut für Feuerzauber ist! Ja, ich hab ihn schon! Hat sich nicht erwartet! Ich such ja immer noch den perfekten Heilerstab, aber irgendwie... Ich glaub ich auch! So, damit's die Zuschauer auch mal sehen! Ja! Egal! Weiter jetzt! Ich meine mit einer einheitlichen, sinnvollen Schlagt-Taktik könnten wir glaub ich irgendwie auch sinnvoll sein, aber... Ja! Es ist Magica! Ja! Glaub mir, beim Endpost bei uns ist das Taktik! Glaub mir, beim Endpost bei uns ist das Taktik! Nice! Wie schön wir in einer Reihe stehen! Können wir mal auf das machen! So, oben schauen! Hier unten! Kommt mal runter! Also, mach das mal in den Lops! Ups! Er hat das Leben dann gecastet! Haha! Äh! Nicht ganz! Michi kann das ab! Das bin ich! Ich weiß! Ich bin zu blöd, um schnell irgendwas abzuholen! Um zu irgendwas zu reagieren! Du hast dich da grad so angeboten! Recht höre! Hier alle! Rapper! Das ist so geil! Die Voice! Ah, die Voice ist so geil von dem Bier! So, lass mal runter gehen hier! Geht's hier nicht rein? Da ist doch... Oh, Mann! Geht's hier nicht runter? Das sieht so aus! Du nervst, Alter! Ah, da nicht! Ups! Du weißt also, du kannst aber noch physiklich Schaden nehmen! Ja, ich hab den nicht deswegen an! Der weiß schon, warum er ihn an hat! Nein, wegen Mobs einfach nur! Oh, Junge! Hammer's jetzt! Oh! Was steht hier? Von hier aus sieht man das Haus von niemandem! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Oh, jetzt ist das Ding weg! Ich wollte doch mit nem Abpraller das Ding auf Robin schießen! Mensch, du hast euer Kind! Alter! Ist hier runter? Kommt mal her! Schon dabei? Nein! Oh, ja! Hier geht's doch! Hier geht's irgendwo hin, oder? Könnte! Sieht ganz gut aus! Ja, doch, 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 doch! Haltet euch an der Wand! Wer war das jetzt? Ich glaube, wenn wir zu weit gehen, ist es auch nicht gut! Okay, aber ne, da scheint nix weiter zu sein, also... Halt's gleich sofort! Schade! Oh, next battle! Wolltest du nicht noch ne Stunde aufnehmen? Paar Stunden sind erst mal Stunde sieben! Ich würde das Kapitel doch zu Ende machen bis zum nächsten Sieg, quasi! Du meinst hier jetzt? Stand! Tal um die Affär, Frömmel! Vem är ni? Berätt! Die Fos hos, die Argania Sacra Sankt Bera Vida Bandera Null Manor Fildet, Alvi Skoget Die Grotte et's Topsy Turby Tingest Rotten i Midgårland Je näher hemmen röppest, je hast kommet Claims des Snöpjens Sack du neri back! Mai haf die Avagade trumfest jod Die Stoos der Horster Null Ich komm aldre öven no mehr, so go i di stell O mit lieb ade schär Kann euch beruhigen, ihr braucht kein neun Uhr zum Leben GZ Was aber vor allem daran liegt, dass ihr bald nicht mehr leben werdet Yesss Ich würd mich gerne mal irgendwo hin bewegen können, ohne dauernd von der Brücke gekickt zu werden Gegen Tod scheinen die empfindlich zu sein, die Großen Jaa, gegen Tod und Feuer Jaa, gegen Tod und Feuer Jopp Die schmelzen ganz gut Ich töne da! Gut, dann sehen wir jetzt die ganze Zeit mit dem Ausglöschen Kann man wieder mit dem Arm wegen, seht ihr das? Läuft Das war jetzt ehrlich gesagt nicht der Plan Nee, eigentlich nicht Ach, Michi Kannst du irgendwann, irgendwann mal was Nützliches tun? Ich rette euch die ganze Zeit und verstecke mich an meiner Bade Ja, dann rette mich mal, ich bin jetzt schon tot Ja, ok Ich hab drei Fächer runtergeschubst Eins You know what? Das ging mal gar nicht daneben Geht doch Sag mal Die Großen müssen wir auch töten Mehr Penner zum Spielen Ich hab mich ganz für die Gruppe geopfert Nein, eigentlich nicht die Aufmerksamkeit Kann ich sagen Ich glaube nicht, oder? Return 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 Lass Die Medals Kein Wunder Kein Wunder Dass die, äh Dass die Magier nie sprechen in den Cutscenes Alter Oh, Micha, was machst du? Nichts Scheiß, säure Ding da Das weiß ich nicht Nein Das sind die Magier, die machen auch was Ach stimmt, das sind ja Mages, ja Meine Fresse, ey Ja, komm, du bist hier der, du bist hier der Barrieren-Experte, ja Ist jetzt nicht so abläuft, dass du das machst Können wir den jetzt sprengen? Nein, Micha muss erst mich noch anzünden Warum haben wir jetzt beide den Neil auf den gecastet? Weil wir wollten, dass der stummt Kann man die ausmachen? Ne Reinschuppen geht auch nicht Ah 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 Wie ich da reingeflogen bin Awesome Sehr schön Oh Mann Oh, super, okay Ähm Ja, sehr schön Äh, wir sind ja recht weit gekommen Sieben von zwölf haben geschapft Ne Not too shabby War aber nicht so geil Zwölf, aber was haben wir denn alles übersehen? Ich meine Ja, ich meine Hier ist ja natürlich jetzt auch jeder, jeder misst an Unlockables dabei Ja Ja, aber trotzdem muss man ja irgendwas entdecken, weißt du, ich mein Da geht's ja nicht nur um, da geht's glaub ich nicht um Achievements Ich weiß nicht Also ich glaube nicht, dass da jetzt noch, äh, hier, äh, wie gesagt, fünf Achievements sind Kann ich mir nicht vorstellen Ich weiß nicht Das ist mein Level, weißt du Sind ja nicht nur Achievements, das sind ein Lockables, die gehen ja alles ein bisschen anders Ja, das meine ich ja, aber trotzdem haben wir die nicht gefunden, das meine ich Das ändert nichts daran Naja Keine Ahnung, wir sollten uns im nächsten Level noch mehr anstrengen Und uns noch weniger gegenseitig töten Oder vielleicht sollten wir uns mehr gegenseitig töten, weil das vielleicht was unlockt Vielleicht Egal sowieso, wenn wir uns gegenseitig töten Ist egal, ob es es bringt oder nicht Naja Ich wollte gerade sagen, wir werden es nur rausfinden, wenn wir uns gegenseitig töten Wuuuuh Gut, alles klar Damit würde ich die Aufnahme jetzt beenden Boah Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschuuu Bye Boah Bye Sehr motiviert Freude Das ist schön zu Ende, ich wollte euch noch ein paar mal töten Äh, ich meine euch heilen Ja, wir können doch gleich weiter aufnehmen Wir können doch gleich weiter aufnehmen, aber ich habe auch ein bisschen separiert, also Freude Los Hooray, Hooray, Hooray Oh mein Gott, ich spüre, wie es in mich ist Egal Ja, okay, dann Leute, bis zum nächsten Mal Ciao Ist immer noch auf Haha Ja, natürlich wirst du es noch aufgenommen Trottel Ja, ich habe noch aufgenommen